warum renne ich eigentlich vor was geht ihr mal vor wenn ihr schon was passiert fünften ja wenn ich war waffen oder irgendwas wo liegt denn jetzt jeder fehler sechsten nehmen einfach nur eine treppe oder haben jetzt alle taschenlampen wir haben alle taschenlampen wir haben alle ich geh mal hinter ach nee geht ja gar nicht mehr die wand ging auch es ging die wand irgendwie auf hä sind schon der achten etage denn auch alle da hier oder fehlt einer ich bin noch da ach Leute es fehlt einer der andere erst gar nicht da das stimmt lobby oder so das denn das ist mir schon klar aber jemand auf tik tok hat er mich gefragt gehabt achtung der sterben hier das ist dessen statt in den staffeln habe ich gerade gesehen wir passieren gleich irgendwo irgendwelche fallen auch ja wir müssen auspassen wir das nicht so schnell laufen mehr gucken ans platz laufen oder an der decke nicht dass irgendwie von oben was kommt oder so ich sehe was was wie wo es ist ein dennis warum hast du eigentlich ein rucksack mit nach links hinten draußen wer du da bist du ich sehe das doch nicht dahin du hast du hast einen rucksack offen wo eine zahlen bin ich reingekommen aber egal ich gucke zu ok deswegen sag ich ja gerade ich habe nämlich nur die 0 0 0 gerade hinten gesehen alles schönes dekolleté der eine hat ein schild hinten drauf und der andere eine sauerung äh musik das kommt hat musik komische musik so ein zeichen das ist das ist schon die ganze zeit und fuck ist das bei mir leise ist das bei der ganze zeit ich hab das schon die ganze zeit ja seitdem wir eigentlich schon alter war ich jetzt erschrocken ich gehe da nicht mehr runter ganz vergessen alter war ich jetzt erschrocken junge das ist doch wieder was zum klippen das muss ich mir jetzt warte mal das muss ich mir erst mal gerade selber angucken wartest du kurz momo bei ja ich warte das muss ich mir gerade selber kurz angucken wie ich jetzt muss ich mir noch mal kurz angucken ich hab mich voll am schrocken halt dort hey wo wieso wir denn jetzt hier zu weit zurückgegangen ups man sollte man mal mit liken aufhören ist der übel zusammengezogen da war ich gerade rechte hast du dir nicht damit rechnet wir haben ja gerade noch über die musik unterhalten kommt das bestimmt das kommt aus dem bildschirm die sozusagen stelle eine anderthalb minute zurück ja hier geht es gerade um die musik in dem moment wo runter geht ja ich hab da nur was an der wand gesehen so einen halben mund und ja noch mal zum thema musik zurück zu kommen ich habe die musik die ganze zeit dreizehnder stock kommen jetzt hier noch mehr solche und dann